Let's make a difference together. Auch dieses Jahr ist das das berühmte Motto von unserem ERC Basel. Das Motto unterstützt auch viele Eishockey-Spieler von hier. Unter anderem ist es auch der Sandro Brücker, der erst seit dieser Saison hier beim Basel spielt. Er ist jetzt Nummer 51 und ist früher beim Vertrag beim ERC Viespsee. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was so ein ERC Basel beim Spieltag vor dem Spiel alles macht? Genau das hier schauen wir heute zusammen mit dem Sandro an. Könnt mit! Hallo zusammen, ich bin in der Halle angekommen, habe mich umgetauscht und trinke jetzt noch ein Kaffee und sehen wir gleich ein Meeting. So Wilkins is their center, so the base-off is going to start here. We have two righties playing defense, so it's either going to be Zombie or Brett on that base-off. Make sure we're sending our weak side forward down here, so it's mole on the wall, so it's a bump back and out. Okay, up ice, we want to get up if we can disrupt their timing. If we don't get up, this is the breakout, we want to, this is their setup, okay? So we have F1, F2 here, E1, don't go too high up. Hey boys, we got about an hour 50 to get ready. Last two home games, we haven't started on time. Let's do whatever we have to do to make sure at 5 o'clock we're ready to go. Okay, let's go. So, now it's time for a little shooting. Now I'm going to play for about 30 minutes to play. Then we'll see us later on a warm-up. Let's go. 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 So, jetzt nach dem Schutten und ich noch ein wenig meinen Körper einwärme mit zwei, drei Übungen, die ich für einen Mann brauche. Und ja, viel Spass! Und ja, viel Spass! Ich kann es von jedem Match machen noch ein kleines Temp für mein Handgelenk, weil ich vor einem Monat noch verletzt war. Ich hatte eine kleine Verletzung mit dem Handgelenk und jetzt will ich es immer noch ein wenig merken. Okay, gut geht aus! Let's go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Versace, Versace, Versace 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 Wasala wala States Hopefully Wasala And Did this we did of we were of le Americans who old did But out Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Sandro Brückum. Es ist heute hier oben von März in Basel. Man gewinnt 6 zu 0 gegen Winti und dann noch in den ersten drei Minuten drei Goal. Hätte man sich das bei Winti denken können? Ja, es war sicher unser Ziel. Es ist eigentlich die perfekte Stadt, wie wir uns gewünscht haben. Und natürlich, wie es gerade so klappt, nach 5 Minuten 3-0-4 ist es natürlich die perfekte Stadt. Ja, in der vierten, fünften und sechsten Minuten hat es drei Goale gegeben. Kannst du uns erklären, was da genau passiert ist? Ja, es war einfach unser Plan. Wir sehen, wie wir Druck machen, von Anfang an die Schiebe auf das Goal zu bringen. Und es ist natürlich gerade uns perfekt gelungen. Jetzt gibt es eine kleine Pause bei dem Spiel bei März in Basel. Dann am 20. Dezember, Dienstag, geht es dann weiter. Was will man da wechseln im Team? Oder lassen wir da alles? Ja, für euch müssen wir nicht wechseln. Jetzt sind wir die paar Tage frei. Das tut sicher gut für unsere Erholung. Wir haben uns auch verdient, glaube ich. Und dann müssen wir nicht wechseln. Genau gleich weiterspielen. Dankeschön, Sandro. Liebe Fans, das war ein kleiner Einblick in meinen Matchtag, wie es aussieht. Wie ich mich vorbereite an einem Match. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.